hallo meine lieben und zwar habe ich ein neues video für euch und zwar habe ich einen kleinen haul da war ich beim liege gerade ein paar teile einkaufen und zwar für 1 euro 19 hier so eine paprika chips und für 1 euro 19 die chips gesalzen für mein mann die hat habe ich ihm schon rübergelegt an seinem pc dann habe ich noch mal eine flasche medium sprudel geholt für 27 cent und 25 cent fans die kriegt man ja wieder dann habe ich hier die haltbare vollmilch 3,5 prozent von melbohne ein liter die habe ich geschenkt bekommen ab 5 euro einkaufswert hat man die geschenkt bekommen kostet aktuell 99 cent dann habe ich für 99 cent habe ich noch mal ein brot geholt dann habe ich für 129 delicatessen bier schinken 150 gramm mitgenommen dann für 99 cent von du lano elica test leona 200 gramm dann habe ich für moment die war für das hat mal gucken 1 euro 19 und zwar crunch crunch balance mit milch aus der bodensee region 15 prozent fett reduziert protein quelle ja dachte ich mir probieren wir mal und für 79 cent habe ich noch mal weizenmehl ein kilo geholt für 79 cent bezahlt habe ich 8 euro 15 und ich habe mit der lidl plus app habe ich 99 cent gespart genau dann ist die tüte hier auch leer die ist vom rossmann und dann war ich gerade noch schnell im teddy dann habe ich mir das bild geholt das war reduziert von 6 euro auf 1 euro 55 ein diamant painting 40 x 40 cm und zwar diesen süßen und da ist dann hier auch die legende dabei bei uns am regnen so sieht der igel aus schön für den herbst wir haben 25 farben das ist also die legende dann haben wir ein ganz normales standard tool kit dabei dann haben wir essen runde stein und nicht acryl steine es sind aber schöne farben und das hier ist das bild ist ein teil bild also alles was hier weiß ist das ist nicht zum penden und der rest ist dann zum penden ich könnte aber auch mal aus der folie gerade raus und dann glaube ich seht ihr es ein bisschen besser oder ja das ist ja nur noch halt auch die folie so drum aber richtig schön dieser igel der gefällt mir richtig gut dann habe ich noch ein anderes gesucht aber das hatten sie noch nicht genau und das war es auch schon das war es schon gewesen jetzt mal hier weg und hier ist meine kette und da habe ich jetzt die grinse katze dran gemacht von themo genau so wenn euch mein video gefallen hat würde ich mich mega über einen daumen nach oben freuen vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren die glöcke zu aktivieren dann passiert keins meiner videos mehr und zu den 900 abonnenten die wir schon weit über erreicht haben vielen vielen dank erstmal dafür werde ich jetzt die tage noch ein separates video machen wegen dem verlosungs video genau weil da können ja zwei meine lieben abonnenten können die produkte gewinnen die ich euch ja in dem vorherigen video verlosung also abonnenten video gezeigt habe können ja zwei meiner lieben abonnenten ja gewinnen da werde ich ein separates video machen dann lassen wir das ganze noch ein paar tage laufen und dann werde ich auslosen und zwei meiner lieben abonnenten ziehen die dann die produkte gewinnen genau damit ihr da bescheid wisst ich habe das nicht vergessen genau und dann würde ich sagen passt gut auf euch auf denn das tue ich auch bleibt gesund und bis dahin